Hi, hi! Heute nur was ganz kurzes und zwar habe ich meinen Briefkasten aufgemacht und da war ein Brief drin. Welche Überraschung! Und es war meine Wahlbenachrichtigung und zwar die Wahlbenachrichtigung für die Europawahl, die am 26. Mai stattfindet und es ist ganz wichtig wählen zu gehen. Ihr kennt die Hintergründe, ich brauche das jetzt nicht mehr aufdröseln. Ich wollte einfach nur daran erinnern, schaut in eure Briefkästen, holt die Wahlbenachrichtigungen, geht wählen. Wenn ihr selber noch nicht wählen dürft, erinnert eure Eltern daran, dass die wählen gehen. Das war's schon! Alles klar! Bis denn! Tschau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017